Hallo und herzlich willkommen bei DiveSupport. Wie befestige ich einen Karabiner richtig an der Backup-Lampe? Auch diese Frage bekommen wir oft gestellt. Wir zeigen euch gerne, wie es geht. Üblicherweise verwendet ihr einen Karabiner Klein, nicht den Karabiner Mini. Der Karabiner Klein ist klein genug, dass er nicht über die Backup-Lampe übersteht. Er ist aber auch groß genug, um ihn gut mit dicken Handschuhen greifen zu können. Zur Befestigung nehmt ihr eine Nylonleine. Üblicherweise eine 8-fach geflochtene, 2 mm starke Nylonleine. Diese wird auch bei Reels und Spools verwendet. Wenn ihr von dort einen Rest übrig habt, eignet sich das Ideal, um die Verbindung herzustellen. Noch ein Hinweis zu den Karabinern. Dort gibt es eine neue Variante, den sogenannten Big Grip. Dieser ist gegenüber des normalen Karabiners mit einer längeren Nase ausgestattet, sodass ihr ihn besser mit dicken Handschuhen greifen könnt. Unsere Empfehlung ist hier, den Big Grip zu verwenden. Den Big Grip nehmen wir nun auch, um ihn an die Backup-Lampe zu montieren. Die Cave-Line wird dazu dreimal durch das Auge der Backup-Lampe und dreimal durch das Auge des Karabiners gefädelt. Danach zieht ihr alles gut fest und macht einen einfachen Überhandknoten in die Leine. Ein Überhandknoten ist ein ganz normaler Knoten, wie ihr ihn auch von den Schnürsenkeln oder zum Verzurren von Paketen oder Geschenken kennt. Diesen Knoten bitte zweimal ausführen, sodass zwei Knoten übereinander liegen. Das Ganze festzurren, sodass es schon sehr gut hält. Damit sich der Knoten später nicht einfach wieder lösen kann, verkleben wir nun die Enden, indem wir sie heiß machen. Wie das genau funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Erst schneidet ihr die Leine auf drei, vier Millimeter ab, sodass hier relativ kleine, lose Enden entstehen. Nun werden die Enden mit dem Feuerzeug angeschmolzen und auf den Knoten gedrückt. Das gleiche auf der anderen Seite. Nach ein paar Sekunden ist die Leine wieder hart und der Knoten ist verschmort, sodass er sich nicht mehr öffnen lässt. Das Ganze hält jetzt sehr fest und lässt sich nur noch durch Schneiden wieder lösen. So einfach verbindet ihr also einen Karabiner mit der Backup-Lampe. Alle hier gezeigten Produkte findet ihr unten in der Infobox. Für mehr Tipps und Informationen rund ums Tauchen abonniert doch einfach unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support. Bis zum nächsten Mal bei Dive Support.